servus liebe bull of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal heute mit dem reminder dass ihr in dieser woche dieses schicke mount abstauben könnt den geist von echero ist vom model jetzt nicht super besonders gibt auch andere elche im spiel aber er ist halt so spektral transparent und das macht ihn ziemlich einzigartig und er ist mit einer aktivität verbunden die viele spieler nicht super geil finden aber es könnte schlimmer sein sagen wir es mal so wenn man sich einmal dran sitzt und das mount will dann glaube ich steht man das auch durch was ihr dafür tun müsst ist an und für sich nicht so schwer ihr müsst einmal ins legion dalaran quasi gehen hier an dieser stelle und dann zu den koordinaten 41 26 das ist ungefähr hier in diesem häuschen und da seht ihr schon wird sogar gerade angezeigt da gibt es aktuell die quest auf dem rechten pfad und dafür dass ihr diese quest machen könnt müsst ihr archäologie lernen ja ich weiß es macht nicht super viel spaß aber es ist halt die voraussetzung für dieses mount und im zuge dieser quests werdet ihr dann hier zum hochberg geschickt nach donner totem und anschließend wenn ihr die quest dort angenommen habt bzw geführt habt müsst ihr 600 bone fragments of echero sammeln also knochenfragmente von echero von dem mount was ihr gerne hättet dafür gibt es dann hier insgesamt vier ausgrabungsstellen die 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 und letztlich gerade blind es sind auf jeden fall insgesamt vier stück wo diese dinger droppen können und ja dann heißt 600 fragmente sammeln das ganze dauert ein bisschen also das ist nicht so dass man das mal in einer viertelstunde erledigt ich hatte das ganze in das gemacht ich glaube bfe ich glaube mit zwei stunden muss man damit schon rechnen aber am ende wenn man alle fragmente zusammen hat dann gehört einem auch das mount und man darf damit durch die gegend reiten und sich freuen also alles in allem es ist nicht schwierig ihr müsst auch dafür keinen bestimmten skill haben in archäologie aber es ist halt mit ein bisschen aufwand verbunden und das seht ihr auch in dem sinne was habe ich jetzt archäologie 407 von 950 also das habe ich eigentlich dann damit gelevelt als ich dieses mount versucht hatte zu holen ich wünsche euch ein gutes durchhaltevermögen bei der geschichte bleibt auf jeden fall dran und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen auf jeden fall